Alliallüche Leute, willkommen zum 10.50s Part von Let's Play Mario Lichy Superstar Saga. Ja, am letzten Part haben wir so ein bisschen hier, uns ein bisschen umgeguckt, haben dieses Rätseldings hier weitergemacht. Und schauen jetzt mal, wie wir hier weitermachen. Äh, ja, 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 so ein Rüstlinger am Plan, finde ich. Sind wir überhaupt voll? Ne, ich könnte Mario mal ein bisschen rein und Lüche auch. Damit die voll sind, weil wir ja ganz viele WhatsApp-Menschen hier scheinbar haben. Äh, das ist natürlich nur die Frage, wie es hier weitergeht, wie es pumpt. Äh, vielleicht, so. Äh, ja, ja, gut, 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 keine Ahnung, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Also, das aktiviert... Das... Okay. Okay. Okay, okay. Und das bringt uns nicht viel weiter. Vielleicht können wir uns ja rüberdrehen. Vielleicht frustriert das ja. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Weiß nicht. Äh, das ist doch eine markierte Stelle, oder nicht? Doch, es ist eine markierte Stelle. Alles klar. Ähm... Äh, ich hab's übersehen, hab ich das Gefühl. Ich glaub, ich geh noch mal zurück. Hm. Was kann ich übersehen haben? Der Gang hier? Nee, der führt einen nur runter, oder? Ja, macht er nicht. Genau. Und hier komm ich zu... ...den Geheimraum. Ja, okay. Aber ich könnte... Ich kann bestimmt jetzt nicht die Tür nochmal durch, um in den Wirbel rein zu gelangen. Das kann ich ja mal hier machen. Okay, das war hier. Das interessiert mich allerdings gerade nicht so. Dann gehen wir nochmal zu dem Wirbel. Äh... Wo ging's denn nochmal lang? Hier auf der anderen Seite. Genau, 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 genau. So war das. Genau, da können wir jetzt wahrscheinlich hin, weil wir die, ähm... ...deaktiviert haben. Und dadurch müsste die Tür eigentlich wieder aufgegangen sein, weil sich die Tür ja durch die Fackel aktiviert hat. So denk ich mir es gerade. Also... Ihr könnt euch gerne jetzt Facepalms geben, aber ich gehe davon mal irgendwie gerade aus. Nein, tut sie nicht. Warum tut sie das nicht? Hm. Das bringt mich allerdings nicht wirklich weiter. Also... Hm. Irgendwie übersehe ich was ganz entscheidendes. Das interessiert mich ja nicht. Mach mal weg. Das brauche ich ja sowieso gerade nicht mehr. Also vollkommen interessant. Das einzige, was ich sicher bin, ist, hat was mit dem Fass zu tun. Okay. Das wusste ich noch. Okay. Ja. Das geht gar nicht auf die Nerven. Hier ist auch nichts. Wie geht das denn weiter? Das wollte ich nicht. Ich kann hier oben Feuer machen. Okay. Das bringt mich allein zumemagen. Ja. use ich kann hier oben eh. Ha. 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 Hm. Irgendwie weiß ich nichts. Hm. Ich kann das auf jeden Fall machen, wie es geht, aber irgendwie... Leute, wisst ihr was, ich teste mir ein bisschen rum und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann bin ich wieder und ja, ich habe jetzt... Warum nicht den Playstation-Controller? Das ist der falsche. So, da ist mein Controller. So, um das zu machen, brauchen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir müssen zum einen Mario vorne haben und Fire. Ja, und dann machen wir das so. Und der Ansatz, den ich schon mal angesetzt habe, war richtig. Aber es ist verdammt knapp. Seht ihr? Seht ihr? Das ist verdammt knapp, Mann. Okay, das habe ich verkackt. Ich habe es verstanden. So, dann runter und dann ganz schnell nachher. So, Mann. Und das war schon verdammt knapp. Aber so geht das Prinzip, diese kleine Sache und das scheint im Moment noch sehr unnütz zu sein. Ja, 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 ja. So ist das, Leute. So ist das. Und das habe ich gerade schon wieder verkackt. Und, okay. Jamp. Ja, das habe ich nicht mehr. Ja, das habe ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall klappt das so. Ich habe mir dazu nämlich was angucken. Wie ich letztendlich angeguckt, weil ich echt ein bisschen verzweifelt war. Wie in sehr oft dieses Projekt. Und durch. Gut. Das ging schnell, als ich erwartet habe. Hereinspaziert. Ihr seid die Ersten, die bis nach hier oben gekommen konnten. Nicht schlecht, ihr verdient eine Belohnung. Aber beim Stehen reden ist so unbequem. Setzt euch doch. Für heute habe ich ein paar Freundinnen eingeladen. Wenn soll ich rufen? Grinswalder, Lagunda, Grünburger, Witzegard. Oho, ihr habt ein Auge für wahre Schönheit. Lagunda. Man wünscht dich zu sehen. Äh. Ich bin Lagunda. Auf dem Heimweg auch von der Arbeit macht es euch gemütlich. Also gibt alles, womit sich unsere Gäste wohl empfehlen. Ein Kampf. Okay. Vergiss es. Wie ungehobelt. Oh Gott. Die vergiftet mich. Was ist das denn für eine blöde Kuh? Wie weit sieht das aus? Irgendwie so. Okay. Bitte der Hammer. Der Sprung. Äh. Äh. Die kann ich so anscheinend nicht besiegen. Die kleine. Äh. Das kleine Mädchen. Feuer. Ihr könnt auch keine Mädchen schlagen. Okay. Autsch. Da geht es. Wie ungehobelt. Nein. Nein. Oh man. Muss ich das sowohl tun? Gib mir das mal, Luigi. Ah. Okay. Einfach hochspringen. Eine ganz, ganz simple Attacke. Alles klar. Oh. Ein bisschen zu früh. Okay. Jetzt ist er auch noch vergiftet. Ah. Hier bitte. Und für dich auch einmal. Und in der nächsten Runde esse ich so eine Nuss. Vergiss. Meine Liebe, ich weiß nicht was du vor hast mit mir, aber ich hab keine Lust, dass du das mit mir machst. Oh Gott. Ja. Äh. Äh. Moment. Mago darf angreifen, aber Luigi nicht. Okay. Mago macht anscheinend gerade sehr wenig Schaden. Ich weiß nicht warum er das macht, aber er macht wenig Schaden. Äh. Okay. Erstmal für. So. Okay. Jetzt füllt Luigi auf und Mago fasst. Da hätten wir eine Ultranuss-Zwerd ziemlich verschwendet gewesen. Äh. Hand. Was bringt denn Hand auf? Auf dich. Ja. Es geht. Es ist schwacher Schaden, aber es geht. Was macht Luigi denn? Es heilt sie. Großartig. Oh. Oh. Der Badic. Er schaut hierher. Hi. Perfekt. Hihi. Äh. Oh. Ah. Ah. Die heilt sich. Das ist äh. So fies. Ah. Entkommen. Entkommen. Aber die heilen sich immer noch. Die blöden Kühlen. Vergiss diese Mann. Ich weiß nicht was du vorhast. Aber ich will es nicht. Versuche ich nochmal einen Bossattacke. wieder. Sprung Brüder. Oh. Ah. Das war nicht sehr erfolgreich. Okay nochmal. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Okay. Bisschen zu früh und ich bin vergiftet. Du bist halt halt nervig die blöde Kuh. Kannst du damit mal aufhören? Ja. Der 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 dirt. Der 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 Dirt. Yes. Wieder entkommen. Aber die heilt sich. Das nervt. Das ist so tierisch nervig. Und die hat sich nur wieder vergiftet. Hier. Aber du musst dir mal sehr leicht ausweichen. Das ist ja ganz ambine. nouvelles. So, Leute, ich habe keinen Sprung, bitte. Das macht wenig Schaden. Dafür, dass sie sich so rasant heilt. Das gefällt mir überhaupt nicht, als ich es sah. Okay, ich glaube, ich mag gleich mal so eine rote, rote Dings. Das war hier, ich mache es einen Ticken zu spät. Oh, der Bärz, hier geht der Schott hierher. Oder kann ich das so machen? Es heilt sie. Vielleicht tatsächlich... Okay, das macht gut Schaden. Ich glaube, ich verstehe es. Sobald sie rot ist, darf ich sie nicht mit Feuer angreifen. Und bei Gelb halt das Gegenteil. Okay, das macht ordentlich Schaden, gut zu wissen. Und sie herzt mich wieder, ich hasse es nicht. Aber sie vergiftet diesmal nicht. Dann nehme ich mir mal so eine Supernuss. Okay, jetzt kann ich wieder... Oh, der Bärz, geht ja, schaut drüber. Ja, 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 ja. M-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m. ist das nervig ich hasse diese attacke und sie halte ich dadurch aber das ist das super nervige daran kommen 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 danke so vergiss es du verzauberst mich hier nicht was hat es dir vor Ritchie anzureifen ok ich glaube er stirbt durch Gift nein es hat auch noch Mario getroffen vergiss es ich muss eine Ultrasse opfern Nein also jetzt das ist sie vor das ist Mario ok ich hätte es aber auch lange mal es Ah, dieser Angriff, ey. Ich hasse ihn. Und sie heilen sich. Das ist doch... Kannst du mal aufhören, damit zu heilen. Tschüss. Mann, nee, nicht. Er hat getroffen. Er hat getroffen. Okay, sie ist gelbhaarig gerade. Ich möchte es gerade gucken. Oh, ja, ja, ja. Okay, heilig dich mal eben. Ah, und Donner. Oh, Mann, hier ist das Ding schon wieder. Oh, Mario, nicht Mario. Und Donner. Hier bitte. Zurück und Spung. Äh, entschuldigt euch, ich bin mal kurz weg. Kein Moment. So, Part 57, Part 3. Ja, ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich bin gerade relativ oft überwochen. Deswegen mag ich es nicht so sehr am Tag aufzunehmen. Äh, bin stehen geblieben. Genau, Sprungattacke. So. Oder wollte ich heilen? Äh, ich hoffe, dass du euch immer im Ernst nicht drauf geht. Danke. Äh, dann, äh, werde ich ihn wohl eben heilen müssen. Oder beziehungsweise gleich, nachdem ich hier mal einen Donnerblitz rausgehauen hab. Das Ding ist so nervig. Warum? Und da ist ein Hund. Von mir am Fenster ist gerade ein Hund vorbeigelaufen. Zum Leid. So ist es legt mich immer ab. Okay, Luigi. Der Hund ist wieder weg. Stargas Hund. Ich glaube, das habe ich so langsam raus. Und du vergisst es. Vergiss es einfach, okay? Oh, nee. Hat er ihn getroffen. Hat er auch noch Luigi getroffen. Und Superpilz für Mario. Und Sprung mal auf ihn. Auf sie. Auf ihn. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Gut, dass ich nicht geheilt hab. Oh. Boah. Mann. Ich hasse diese Attacke. Langsam hasse ich sie echt so ein bisschen. Ein kleines bisschen. Äh. Zähne zusammen knirscht und Spiele an den Maul. Es ist immer sehr angenehm, wenn dieses kleine Mistmädchen da verschwindet. Nein, Luigi. Ma-ma-ma-ma-mia. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Oh, der Bär-schaut hierher. dann hau dir mal ein frischer Witz hier rein, du kannst ja sowieso grad nicht viel ausrichten, Mario Mario und Sportattacke, wo du hättest vielleicht mal Ritios checken können, naja oh gut, nicht vergiftet, ah ich hätt mal Ritios schon wieder ausgeben können, weil Mario, Mario es bringt mir nichts, wenn ich Mario angreifen lasse, weil Mario nicht viel Schaden macht oh schade, bisschen zu spät, ah gut, dann geb ich mal Mario Luigi in Superfoods, von Mario höchstpersönlich, hier bitte, in der nächsten Runde kriegt er dann ein Dings, äh, ein frischer Witz, ich mach das schon wieder, ich aß es und nimm auf Luigi rauf, ich glaub's ja nicht, das machst du wieder, was soll das? Dankeschön, ich hasse dich auch aber das kann ich noch irgendwie machen, ja gut jetzt hat, ich hab gerade noch gehofft, ich kann's vielleicht mit Feuer noch angreifen, aber ein Pustekuchen hier bitte hm, Pilzi my god yeah und vielleicht noch, äh vielleicht mal eine Superattacke, genau aber mit, okay ich mach glaub ich mal diesen Superangriff okay der hat mich echt falsch gebracht Moment, hab ich so einen Superangriff für Donner, genau, den könnte ich mal einsetzen oh, hat nicht mehr viel gebracht, das ist enttäuschend oh, aber ich war das mit Luigi immer zu spät das regt mich ein bisschen auf hier bitte da oh da 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 dam du 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 bin Das war's für heute. So, ich hoffe, ich habe nichts gehört. Ich brauche diesen Pilz dafür. Das ist hier bitte. Ja, 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 mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Ist ja schon nicht nervig genug, ne? Oh, warte mal, Richard. Ich hasse diesen Kampf. Gut. Äh, was macht das eigentlich? Ach so, okay. Ja, irgendwie unspektakulär für mich. Ich setze diese Attacken ja sowieso selten ein. Aber ich könnte ihn jetzt mal richtig machen. Oh, äh, hat er echt nichts gemacht. Toll. Hm. Okay. Ich habe diese Attacken einfach noch nicht drauf. Das ist, äh, nicht gut. Und das habe ich auch noch nicht so richtig drauf, weil Luigi jedes Mal getroffen wird. hier bitte schön. Mein Bruder. Hier bitte schön. Mein Bruder. Ja. 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 So. Ho la. Da! Und staub weg. Danke. Obwohl, kann ich vielleicht sogar, wenn das kleine Ding kommt, den Hammer direkt rausschlagen. Das habe ich noch gar nicht ausgeruht. Das könnte ich gleich mal machen. Wir sind sowieso schon über die Partlänge drüber. Obwohl, wir machen, ich habe einfach ein Miss-Bot heute. Es mag jetzt fies klingen, aber wir machen es einfach ein Miss-Bot. Ich hoffe, dass wir es im Miss-Bot schaffen. Leute, bis dann und ciao. Wir machen es einfach ein Miss-Bot.